hey Leute was geht ich Spiel heute wieder mal Team Fortis Moment, ich hatte doch nur mal eine Reise Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Desplay von mir, dem verplanten Franklischer Pee wie ist dieser Typ durchsichtig? Epidemie hier Sie haben sich angesteckt Ähm, nein, hier was leider Wie dem auch sei, ich hab jetzt nicht was gut Oh, fuck it, weg da So, hab's auch einfach nur noch gebrochen, oh Gott Aus dem Weg, Sie Herr Scout Danke Ähm, was ich grad sagen wollte, war was anderes Wie, auf! Fuck you! Ich spiel heute von deinem kleinen Zitierfrau Da tut man zu viel Damage Das kann nicht mit rechten Dingen zugehen, da tut man zu viel Damage Aber jetzt ist er tot, da ist jetzt bin ich Ähm... 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 Du bist denn zu fiber Wieso müssen die Typen immer kommen, wenn ich angebe? ACHROSIONAL! Was ist nämlich Sidney Schleff? Hab ich den? Ja. Der ist in der Stelle, weil ich sehr unbegriffen kann, weil ich keine Headshots machen kann. Aber ich bin super, weil ich eh keine Headshots hinbekomme. Und der macht doch so damit. Ja! Oh, Mann. Oum! Where are you? Where are you? Where are you? Where'd you go? Where'd you go, bro? Where'd you go? Let's go, fuck. Ah... Komm schon. Komm, ah, oh! Ah! Ah! Ich bin so schlecht ein-sniper-ein-despezif. Piss ich dich an? Hahaha! Hey, warte, kann ich dich löschen? Ah, ich werde den Schaden aufnehmen sein. Fuck! Der Schaden schaden. HÜÜH! Oh, Schock! Hey, was sind denn die Granaten denn? Ach, der benutzt auch den Luftmesser. Puh! Das war knapp. Warte, ich muss den Kopf drauf zu gehen. Pfff! Schlecht ist das bei Emma? Pfff! 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 Was war hinter mir? Oh, komm, zu dritt? Geht's ja aber... Pfff! Was geht's aber los hier, ey? Ach, wie hab ich mit dem Team verliert? Also muss ich mit dem Team wechseln? Nein, in Wirklichkeit hab ich gewechselt, weil's dem Gegner-Team keines gefeißt. Ich liebe Spice zu spielen, aber ich hasse es, wenn jemand aus dem Mist nicht spielt. So, ich hab's noch mal. Dann besser, komm, ich spiel's, komm. Äh, 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 die Hüt... So, äh, äh, den Hüt, einfach weil der geil aussieht, ich hab's nicht. Aber... äh, ich hab's nicht. Pfff! Äh, das war ein Disappointment. Äh, das war ein Disappointment. Äh, Medic. Den hat man gerne hinter sich. Kann ich die Leute richtig doll verarschen? Hehehehe. Uh, Mann, ey. So hat's eigentlich bisher noch nicht geleckt. Ich spiel's irgendwie nicht vernünftig. Eigentlich ein Headshot. Oha, ich spiel's irgendwie nicht am besser bei Headshot, nur wenn's ich zurückbleiben. Achso, ich bin richtig. Achso, ich spiel's. Ich spiel's so blöd. Ich spiel's. Äh, äh, äh. Ey, ich spiel eigentlich ganz so blöd. Oh, da ist ein Headshot. Die haben vor allem keine Verwärtsnicht. Weißt du, dass wir nicht hier schießen? Ich bleibe hier durch die Pause. Aufzuschießen nicht wieder durch. Aufzuschießen! Oh, scheiße. Ich bleibe einfach. Ich bleibe einfach keine Headshots hin. Ich bleibe einfach keine Headshots hin. Wie viel leeeeeeeeeee? Nächstes Spiel in Contested. Das war aber schon beim Headshot. Oh, voll live. Der Control Point ist gar nichts verdammt. Prozent 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 reizt ein Park Euro mannlich blöd ich meine hat man ja normalerweise erst das ok Oh, okay, der ist breit. Find ich gut. Meine Fresse, ich bin ja sowas von dumm. Diese ohne Intelligenz muss ich mir mal abgebildet. Ich muss lernen, mein bester zu zielen. Immer einzelne Schüsse, dann verreißen es bis zu leicht. So, jetzt kann ich noch mal wieder Chester 2. Der erklärt alles, der erklärt ein ganzes Fehlverhalten. I like, okay, ich dachte schon. Next one, Hyrule, Sto-Ref. Ich weiß nicht, ob ich nicht. Don't worry, Friendly. Oh, mein Name. I'm on my way. I'm on my way. Ich bin zufrieden. Ich bin zufrieden. Ich bin zufrieden. Ich bin zufrieden. Das war doch krass. Uiiiih! Uiiiiih! Shit, das ist krass! Uiiiiih! Oh fuck, ich will da hoch! Komm schon! Das war ein Hatter! Oh, das ist doch Kacke! Das ist doch eine Kacke Was ist das für ein Lupenumbo? Was ist das für ein Lupenumbo? Ich fahre nur als Gegner, wenn du diesen Griff hieß, dass ich verbrecht habe Ah fuck it Oh Ich fahre nur aus Oh Ich dachte, du könntest mir ein Gehirnumbo? Nein, du kannst Oh Gott, du hast einen Gehirnumbo Ah, das ist ein Gehirnumbo Ich habe einen Gehirnumbo Nimm mal zu Ende Oh Du kannst nicht sterben was das Hi guys Oh ja, ein kleines Kind Oh ja, ein kleines Kind Das ist nicht wert Na ja, Democrat Auf gehts auf Pädlich Ich fühle mich wie das andere Spiel ist Wir haben noch einen Kontrollpunkt. Der Wheel of Bede ist ein Mittelmisch. Der Wheel of Bede ist ein Mittelmisch. Was? Super Speed. Ui. Ui. Karu fragt die Idee, ne? Ich hab unsichtbar, ne? Der Fisch zu sehen. Whaaat? Gutsch. Das ist so lächerlich. Das ist so lächerlich. Oh Gott, der Kugel ist wieder weg. Ich glaube, der Kugel ist wieder weg. Ich glaube, der Kugel ist wieder weg. Der Kugel ist wieder weg. Der Kugel geht nicht, die sind wieder weg. Oh, son! Stunt. I'm dead. Nein! Fuck NAAAAAAAII! Oh fuck, er hat auch nicht wegen der Feind Oh man, ich wollt den gerade killen, was soll der Scheit? Ich muss das Psalm-Mord tun, dass ich jetzt irgendwo ein Ding was hinter steigen kann Oh, ich sehe meine Köpfe schon wieder. Oh, ich habe es perfekt da reingemacht. Das finde ich gut. Oh, was ist das denn hier? Oh, das ist ja genau so früh, dass ich rauskomme. Was haben wir? Oh, ich sehe die Kugel. Ich sehe die Kugel. Oh, 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 ich weiß doch, wie ich mich schlafen habe. Ich habe die Kugel. Das war meine Arsch dahinter. Oh, nein, das stand. Das Leben. Warte, wir haben diesen Schädel und nein. Fiel mich. Ah, shit. Mein Kopf ist auf. Scheiße, groß. Wie ist das denn? Es ist ein Schädel. Das ist ein Schädel. Unsched. Das ist ein Sch rest sekali. Ein Schiedel. So, um, wer ist das? Oh, nicht über den Stamm. Ich hab ihn angegriffen. Ja, ist Chief gefallen. Würden wir sagen, so ein herrner Schlag. Ich will so etwas wie die Anstrengung. Ich würde nicht schlecht gehen, aber ich würde nicht. Ich würde nicht ganz gut, dass du das warst. Ah, weg, 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 weg. Gegen Spionage. Ich wusste doch, dass es da für eine Rundschaft gibt. Kritsch, jawoll! Haha! Oh, mein, das ist ein Rundschaft. Das ist ein Rundschaft. Der ist doch nicht mehr, ich weiß nicht mehr. Alter, ich dominiere bald alle gegnerischen Spiles. Ist ja sowas von unzählig. Ich meine, ich? Hallo? Wieso ich? Das war's. Das war's. Uaaaaaaaaaaaaa Was ist das? Oh, was ist das? Oh, was ist das? Oh, was ist das? Willst du bitte stopp da? Thank you She's having a monkey Hm What the fuck? Das macht ja besser, dass so viel Schaden Ich denke, da würde ich hier Das ist schon lächerlich Es, es, äh, es Tavi Die letzte Belohnung Oh, wie viel Punkt hab ich Oh, ich hab die zweite meiste Punkt raus Fuck Bad Baby Diddy Rise? Oh, egal Ich hab die Musik irgendwie kam Okay, ähm Ich bin ja sowas von ein scheiß Lacker heute Ganz ehrlich, ich bin so ein hässiger Kutsch-Schweiß Mit Kutsch-Schweiß-Mackers und verfickter Alter, ich könnte das ja mal so Und ich hab das an, ich hab keine Schweiß-Schweiß-Schweiß-Schweiß-Schweiß-Schweiß Ich hab doch keine Kills, Mann und tu das nicht gut Wahrscheinlich so, als wär der SGL könnte man nicht tun, aber Stammfisch Au Kontrollpunktmasse Das ist schon extrem praktisch, aber Ein Vergleich mit Kraschen Kritsbau Boah, geilo Ich weiß noch nicht wie wir Ich hab mir das in irgendeiner Art und Weise weiterhätten Garne was zu schweiß noch Alter, das macht doch genug Schaden Ich weiß gar nicht was das probieren wird Oh Ich hab meine Kranfisch Ich habe mich nicht auf die Zellende hospitals in 15 Sekunden ich hab nicht auf die Kranfisch Du bist in 10 Sekunden Nachdem Clerıyorsun Bindert 4 3 1 ein Ich hab eine Kranfisch-Schweiß Äh, das ist doch nicht so... Ich will sterben. Aber ich sterbe auch nicht! Ich weiß nicht. Das war ein riesen Hecht. Äh, ein riesen Koffer hier ist. Oh, wieso headet das nicht? Das ist doch kacke. Äh! Wieso zur Hölle hat das nicht geheadet? Das war einmal grad total sinnlos. Wieso mag das nicht irgendwie machen? Wieso? Wieso? Wieso war ich der Scheiss? Es wird gedrillt! Pissen wir sie an, Leute! Oh du... Fuck you! Kack Spass! Da fällt mir so ein bisschen schwingend. Das ist schon immer... Das wird hier ein bisschen beschwingend. Ein ABY Select Edge an demüятиh. Da fehlt mir keiner! Missions enden in 30 seconds. So hilft mir keiner... Hä. Ja, ich weiß nur, als Gewinner zu finden. Das ist doch so lächerlich, ich habe nur krass gewonnen, ich bin gerade auf dem Tor. Die ganzen guten Holen aus meinem Team? Boah, auch nicht, das stimmt. Ah, da kann ich auch gleich stehen. Das ist doch so scheiße, ganz ehrlich, wir sind nicht als guten darüber geschmissen worden. So eine Runde kurz, verdammt, so eine Runde kurz. So kann ich nicht laufen, okay. Oh, das ist so lächerlich. Oh, das ist so lächerlich. Oh ja, der Beste ist in meinem Problem, weil die chemischen Gegner zu müssen, weil ich nicht vergessen muss. Oh ja, durch Lex verfehlt, geiler Scheiß. Da freut sich der Schleiter. 5, 4, 3, 2, 1. Kontrollpunkt erledigt. Move! Wir haben den Kontrollpunkt. Ja! Verrückt! Verrückt! Der Kontrollpunkt wurde testiert. Verrückt! Ja! 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 Das überlebe ich nicht mehr. Das tut mir leid. Ja! 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 Ja, ja! 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 ... ... Vollidiot! Kein Spy verkleidet sich als Scout, die Säcke! Die sieht man allein schon am Lauftempo, dass es kein richtiger Scout sein könnte. Das ist doch du zu schaffst. Das ist doch nicht so gut! Ich bin so mir total zu schaffst. Das ist doch nicht so gut. Das ist doch nicht so gut. Ah jo! Ah jo! Ah jo! Der war schnell durch. Er war schnell durch. Oh fuck! Oh fuck! Was ist das denn? Was ist denn das? Was ist denn nicht bei zwei Spielen? Huuuuhh Scherch Na Was bin ich wirklich? Ich Ich flasche Lechle jetzt schon den Schottschlein getrunken Nein Jupshoge sei wachsam So nein nochmal So Naja Stirb nicht so schnell Bitch Ach so der war schon so Oh fuck ich jag mich sehr Oh 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 bitch Ich Ahhhh Mehrwoll Oh all zu lange würde ich jetzt auch nicht mehr aufnehmen glaube ich mal Oh ne ich bin ich nicht sicher Äh neun Ähm hallo? Ich steh den Spy nicht gesehen Kill den Spy man Gehts noch? Unsicht Ah Ach Ich bin ein Ei Ich bin ein Schw Inside Ich bin ein Ich bin ein Ich bin ein Schwierd Ich bin ein ich habe noch gekriegt Ich habe mich nicht gesehen, was ich? Was? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ah ja, was weiß ich denn kann, hat er einfach eine Schuhe, dass wir ihn nicht sehen können. Spiel aber auch, weil Leute, mich auch. Was für dich? Ohhhh! Hast du ein Ding? Ohhhh Granaten! Die sind los, mein Charakter! 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 Ja doch! Leck! Super! Jetzt bin ich ganz hier tot! Oh ne! Huh! Die Schlache, was ist kaputt, ey! oh oh gravity des jesus aber schon wir haben wir einen Ich habe mich in der Neue. Ich habe mich in der Neue. Ein oder andere. Quatsch. Was soll ich denn haben? Ah, ich habe ihn noch mal. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Oh, du bist so 0. Was sagt hier? NIE! AHHHHH! Oh, der schottische Widerstand. Den hätte ich auch gern mal. Oh nein, der tut nicht schlecht. Okay, ja, nein. Oh, wir haben gewonnen. Ich schließe nicht, ey, was ist denn? Ich schließe nicht, ey, was ist denn? Hm, ich glaube, ich mache mal wieder einen auf Team oder? Nessie ist neuner Eisen Ich spüre, die Macht ist GOLF SPIELERS Nein, nach rechts Aufschlag Was? Was? Das geht nicht Man kann mich nur mit zwei Schüssen blöde schützen Was? 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 Oh, fuck! Was für ein junger? Was? Oh, mach. Oh, das war ich. Ich würde sagen, wenn ich das erste Mal gestorben bin, dann mache ich wieder aus. Äh, dann kann ich ja auch mal abhalten. Ich hoffe, scheiße, wenn ich das zu lange aufhöre. Oh Gott. Now what the fuck is going on here? Just what the fuck is going on. Oh Gott. Our control point is being captured. We have lost control point. In the wheel of fish. Super speed. Oh God. Ah, der verlaugt war natürlich nicht gut. Oh, Mist. Oh nein, oh nein. Ahhhhh. Danken wir dem.. Danken wir der Hochgestelligkeit. Okay, mit diesen verstörten Bildern Okay, mit diesen Worten haben wir das dann